Das hat er mir weggelootet. Ja, wir brauchen dann erstmal Fleisch, aber Jörg hatte glaube ich noch ein Fleisch aus der Ratte, glaube ich. Nein, das habe ich noch, ja. Ich habe auch noch zwei und ich habe noch eine Feuerstelle. 25 zu 10, da kommt das, okay. Ja, das hole ich mir auf jeden Fall auch, wenn es Chris auch und wer fett, wenn man das mal wieder in der Gruppe zocken könnte. Das ist halt verfickt schnell. Ich laufe verfickt schnell, ja. Man, das Spiel ist verfickt schnell. Komm, du kannst dich einmal im Kreis drehen, wenn du all drückst. Hier rechts geht auch Party, glaube ich. Anscheinend nur Crossblade zwischen Xbox und Playstation. Das ist ein Wolf. Okay, vielleicht... Lass mich mal, lass mich mal klar machen. Uwe Butchering ist still. Muss erst mal ein Revolver nachladen. Wir müssen es absprechen, wer den dann tötet, aber... Butchering, okay, ja. Wie lädt man den Revolver nach? Ja, wenn du Kugeln im Inventar hast, hast du ja. Aber wenn du keine Haschen lädt, dann nicht automatisch, ne? Achso, aber nur wenn alle leergeschossen sind, ne? Okay, zwei Fleisch hat er gegeben. Ja, das hat der Hund gefunden. Nur jetzt geht nicht mehr. Ja. Achso, das darfst du draus gehen. Okay, okay. Ihr lauft alle drei in so einem... Oh, jetzt, Jörg reißt aus. Müssen wir hier, reicht's, oder was? Ja. Der sagt doch nichts, er rennt einfach rechts weg, lässt die anderen gradaus weitlaufen. Ja. Total die gute Führer, oder was? Das, glaub auch, gibt's auch wieder Wasser. Also nichts trinken aus Flaschen. Ja, ich hab eh keine mehr. Wasser, doch, 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 der Brunnen war da. Stimmt. Aber hier rechts steht einer. Guck mal hier, hallo, hier steht einer. Wollen wir den töten und auslaufen? Okay, lass mal. Ich glaub, wir müssen erstmal feststellen, wie das mit dem Punktesystem gibt. Also es gibt... Wo war, hab ich das gesehen? Reputation. Ich glaub, also Fakt Fraktionen. Banditen, Militär, Mercs. Gibt's übel viele Fraktionen. Irgendjemand schießt ja aber nicht schon. Naja, wahrscheinlich auf ne Ratte, wie du vorher. Mit dem müssen wir jetzt reden. Ich sag's mir, was ich später sagen kann. Du sollst mich zuerst lieb und mir ein wenig favorit. Du sollst mich zuerst, als du die Hunde in der Junkyard machst. Wir müssen jetzt Hunde verjagen. Dave, wirklich got Bryson. Wir müssen nicht. There is no way to put up this bitch. Ich hab's gebraucht. Ich hab's gebraucht. Ich hab's gebraucht. Ich hab's gebraucht. Ja, der gibt dir einen Haufen. Ja, wir brauchen zwei Ohren von denen. Ja, ich hab's gebraucht. Ich hab's gebraucht. Ich hab's nicht mal durch das andere Zeug da durchgeklickt. Und jetzt hat er mir da, glaub ich, die Koordinaten vom Verstecker oder irgendwas gegeben. Okay, da können wir ja danach hin. Wir müssen jetzt Junkyard gehen und die Hunde verscheuchen und töten. Zwei Ohren müssen wir dem bringen. Habt ihr das Quest alle? Moment, was? Ja, ist der Quest. Get out of the station. Ach so, dieses Docks from landfill. Moment. Oder was? Was ist das? Habe ich's nicht selbst nicht mehr, oder was? Bei dem kann man Waffen traden. Also ich hab jetzt nur dieses, ähm, Docks from the landfill. Also warum hab ich das nicht? Ich muss fünf Docktails sammeln. Ich brauch zwei Ohren, aber das heißt wahrscheinlich irgendwie anders. Nee, ich hab fünf. Äh, was sind die Quests nochmal pilt, ja? Ne, klar. Jot, Jot. Jot. Famillary. Ich hab das mit Ohren hab ich auch nicht. Ich hab das auch schon damals eingeklickt. Oh. 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 Oh, warte mal, jetzt hab ich noch eine Quest bekommen irgendwie. Okay. Okay. Alles tricky. Ich hab diese so, die Way to Lubeck, äh, a Recipe for the Watchmen, ist die Crest. You have collected 0 von 4. Haben wir alle unterschiedliche bekommen? Sieht so aus, kann es sein. Ich muss nämlich Stocktails sammeln. Also Schwänze, ich brauch Ohren, obwohl... Ich muss 5 Stück... 4 Ears, ich brauch 4 Ohren. Also wir müssen auf jeden Fall Hunde töten. Viele Hunde töten. Uh, irgendwie Daisy in Florenz. Die Pflanzen kannst du gegen Munition eintauschen bei dem Typ gerade. Oh, Holz. Alter, hast du's mir vor der Nase weg? Hast du's? Ja, klar. Nee, ich hab's. Ich hab auch Holz, 1 von 3. 1 von 3? Ja, ich hab irgendeine Quest, wo ich Holz sammeln muss. What the fuck? Jörg, wo bist du? Ja. Wir müssen, wenn die Viecher kommen, auf jeden Fall einer sagt an und der schießt den dann ab. Nicht, das wird jeder auf einen Hund immer drauf schießen. Da reicht die Munition, glaub ich, nicht lang. Und die Pflanze, was du gefunden hast, Crusher, die können wir gegen Munition eintauschen bei dem Typ da vorne. Vor uns ist ein Hund. Gönn dir. Die wahrscheinlich hier sind die Hunde, oder? Da sind Schüsse. Ja, was? Woher willst du denn, wo wir hin müssen? Äh, warte. Warte, Crusher. Ich schieß. Du, weg, weg, Mackie. Da ist die Junkyard. Ja. Die ist halt vergiftet. Hast du den jetzt nicht getroffen, oder hat er mehr ausgehalten? Keine Ahnung, ich habe viermal getroffen. Okay. Meiner Meinung nach. Dann sieht es aber echt düster aus mit der Munition, würde ich sagen. Ah, guck mal her, hier sind zwei Ohren drin. Ah, gut, kann man die teilen, oder was? Ja, ja, ihr müsst herkommen. Wer Ohren braucht. Ja, ich brauche Ohren. Ich brauche auch Ohren. Irgendjemand anders hat es rausgenommen. Ich habe es rausgenommen. Ja, Brea, aber wo wollen wir mal? Da drüben ist noch ein Hund. Aber das ist jetzt wahrscheinlich, guck mal, ich konnte den ja jetzt looten. Ja, deswegen brauchen wir wahrscheinlich unterschiedliche Sachen. Du nimmst halt den Schwanz und wir in die Ohren. Ja. Macht ja Sinn. Zwei von uns brauchen Schwänze, zwei von uns Ohren. Besser als alle brauchen Ohren, Alter. Ja, dann ist doch schlau, wenn ich jetzt zum Beispiel umlaufe. Ja, der ist doch schlau, wenn jetzt genau immer einer mit Schwanz läuft. Aber wir laufen in die falsche Richtung, Uwe. Lauf, dass ich jetzt kallen muss. Jetzt Gras. Gras und Schwänze. Keine Falle. Wir müssen dir Loot checken, da ist eine Ratte, aber dafür können wir die Munition nicht verschwenden. Ist das ein Hund? Ne, das ist ein Baumstamm. Hier ist doch ein Hund, hier ist ein Hund bei mir. Ja, dann tölt ihn. Ja, dann tölt ihn. Boah, auf mich kommt auch ein Hund. Alter, habt ihr die Hund? Ich glaube, die sind mehr dort, Alter. Ja. One-Shot. Aber da hat sich schon noch einen guten Schaden gemacht. Mach dir immer einfach Butchering bei dem, oder wie? Ja. Dann kriegst du noch eine Leiche, oder? Genau, und so wie ich das verstanden habe, wenn du erhöhte Butchering hast und erhöhte Looting, kriegst du da irgendwie bessere Sachen raus. Ich hab zwei Ohren. Brauchen wir mal zwei Ohren? Alter, ich brauch Schwänze, keine Ohren, Mann. Alter, brauchst du Ohren? Ich brauch Schwänze. Jörg, hast du jetzt die Schwänze hier rausgenommen? Mann, da waren keine Schwänze drin. Alter, es wird einfach nicht langweilig, diese Schwänze-Nummer. Jörg, hast du meine Schwänze, ich glaub's nicht. Nein, ich hab keine Schwänze. Ich hab keine Ohren. Ich brauch keine Ohren. Du Schwänze. Ich brauch Schwänze, Mann. Nee, warte, 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 bevor ich was falsch sag. Nein, du brauchst Ohren, Uwe. Ja, aber ich check's grad nicht, Alter, ich war auf Schwänze. Oh, guck mal, hier, 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 hier. Ich hab hier eine Punition. Trades, okay. Moment. Ja, stimmt, ich brauch Ohren. Guck mal, wo ist. Kannst du das auch looten? Nee, da ist nichts drin. Gib jetzt die Ohren. Ey, ich kenn die nicht. Warum nicht? Sind die Seelen gebunden? Seelen gebunden, wahrscheinlich. Ja, drop die auf den Boden einfach. Zieh sie einfach auf den Boden. Ey, ich verpiss dich von meinen Ohren. Geht aus. Kannst du nicht auch einfach mal ins Nichts klicken, so zum Droppen? Oder rechtsklick, drop? Doch, wenn du im Inventar bist, kannst du doch drop machen. Nee, es gibt nur die Wald. Nein. Das heißt teilen. Eine Drop. Okay. Nee, die Dinger alle, ich hab beschissen, okay. Warte, ich kann vielleicht, kann ich, ähm, ne, ich kann nur Offer Trade machen, okay. Also es geht nicht, oder was? Mhm. Du willst nur noch rein. Ah, Ratten, Ratten sind Loot. Ratten sind nicht, ähm, Dings. Oh, ich hab einen Rattenschwanz gefunden, toll. Ja, die Ratten haben nur Rattenschwänze. Ich frag's, warum mein Hund keinen Schwanz hatte. Na, Alter. Ja, vielleicht brauchst du die Schwänze. Ihr müsst zwar gucken, die stehen überall so Blumen rum. Hier ist ein Hund, ich hab einen. Ja, die müsst du looten. Die geben Munition. Was für Blumen? Das sind voll viele. Mag, geh zu dir, kommt der Hund. Alter. Boah. Alter, übertreibt doch nicht, Alter. Alter, geht einfach Blumen rum. Du hast ja das erste, der, der nachher keine Munition mehr hat. Was für Blumen, Alter. Gib mir jetzt mal Ohren, Alter. Warte doch mal. Was weint ihr mit den Blumen? Ja, so, die, die leuchten dann. So Pflanzen, die rumstehen. Die kannst du dann eintauschen gegen, ähm. Ah, okay. Okay, kann ich irgendwas looten jetzt? Ah, ja, kann ich die Ohren rausnehmen? Ja, zwei Ohren. Kann ich die rausnehmen? Okay. Ich brauch Schwänze. Ich steh auf Schwänze. Ja, jetzt brauch ich noch zwei Ohren. Okay, es dauert jetzt nicht so lange, wie ich gedacht hab. Ich brauch noch drei, ey. Drei Schwänze. Hä? Ich glaub nicht, dass wir hier recht sind, oder? Doch, man. Hier steht der Schrottplatz. Und hier kommen die ganze Zeit Hunde. Die sollen falsch sein. Ich weiß nicht wie, aber Crush hatte die richtige Ahnung. Ja, es steht ja auch drinnen bei B6. Ach so, okay. Ja, okay. Ja, okay. Das haben wir euch ja gesagt, wir müssen healer. Ja, okay. B6. Ich stehe bei B6 drin. Oh, krass. Und hier, Crush, was drin. Ja, Ohren. Da hinten sind die anderen zwei. Ich hab noch zwei Schwänze. Du, Maki? Habt ihr alles? Sonst holen wir den Hund von dem. Ja. Ah, da schon. Von der schon. Wir holen den Hund von dem. Ja, also. Ja, ich brauch noch zwei Schwänze, Maki und du. Dir. Unser Hund. Und alles weglooten, oder was? Ja, Crush ist so ein Loot-Ninja. Aber da guck mal, da kann ich auch... Ja, wir bleiben doch eh jetzt so lange da bis... Ja, ist doch so ein Spaß, Mann. Alles easy. Naja. Und dann hat er eine Kugel im Kopf gehabt. So, alle Jungs. Ich hab alle Schwänze. Zwei, komm. Maki, bei dir kommt noch einer. Ich komm hinter dir. Alter, der hat mich, der fickt mich, der scheiß Hund. Ich hab keine Munition. Ich muss weglaufen vor dem. Ich hab einen. Maki, hier. Wo ist der andere? Der muss irgendwo hier liegen. Ja, okay. Ja, dann checkt ihr erstmal die Leichen jetzt hier. Alle! Ich weiß grad nicht, wo ihr seid. Ich hab den Rest. So bail. Alter, Jörg, werd sich gelaufen. Uwe, bist du hier noch dran, oder? Ich bin hier. Ich sitz halt daneben. Dran bin ich nicht. Aber ich kann auch Fleisch reinschmeißen. Ja, es hat nur sechs Plätze. Ich hab noch drei Fleisch geklönt. Ja, ich weiß nicht. Hier ist bloß Fleisch drin. Also guck mal, du. Ich selber auch gemacht. Ja, ich komm. Moment. Fuck auch zwei Fleisch rein. Du musst mich erlauben. Erlauben muss mich. Habe ich. Sechs Fleisch ist Maximum, Uwe. Ach so, okay. Da sind ja gerade sechs Stück drin. Ich hab ja selbst noch drei dann zum reinpacken. Trinken müssen wir halt sparen. Wir können dann wieder in der Stadt hinten, wo wir das Quest abgeben.